3. September Grenzenlose Sicherheit Daher kann er die auch völlig erretten, die sich durch ihn Gott nahm. Hebräer 7, Vers 25 Das Maß deiner Sicherheit als Gläubiger ist absolut grenzenlos und gewiß. Der Ausdruck »völlig« erretten bedeutet wortwörtlich »vollkommen« oder »für immer« erretten. Die Sicherheit der Errettung ist allumfassend, grenzenlos und vorbehaltslos. Der unfehlbare Erlass des Vaters hinsichtlich der Heilsicherheit der Christen wurde durch das gnadenvolle Werk seines Sohnes am Kreuz von Golgatha besiegelt. Sie ist so gewaltig und wirksam, dass sie dich durch dein ganzes Erdenleben hindurchträgt, bis du in der Gegenwart des Herrn bist. Im Judasbrief finden wir diesen ermutigenden Zuspruch, der auch dir gilt, dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag. Judas, Vers 24 Vers 24 Vielen Dank.